So. Okay, da unten kann er nicht mehr hin. Ich kann jetzt natürlich hier noch hinbauen. Das ist halt immer so die Frage. So, wie viele Tonnen habe ich noch? 16. Weg hier. Gut. Dann macht den Redner platt. Geht mal da hin. Da hin. So. Du kannst auch da hoch. Ihr könnt hier her. Ja. Okay, auf den Turm. Auf den Turm. Wenn der weg ist, haben wir hier drin zumindest ein bisschen mehr Handlungsspielraum. Aber ich fürchte nicht, dass ich den überlebe. Ja, Gott sei Dank. Eine Einheit wurde ausgebildet. Das ist sehr gut. Ja, eigentlich kann man die auch austun. Wunderbar. Das heißt, wir können auf jeden Fall schon mal uns bis hierher erweitern. Wie schaut es hier unten aus? Boah, der erholt sich ja ganz schön. Wunderbar, dann würde ich den da mal platt machen. Ja, da bauen wir noch ein paar. Oh, dann gehen wir da hin. So, ohne Tabak. Also nicht ohne Tabak, sondern ohne Mehl. Also ohne Zuckerrohr bringen auch die Schnappsbrennereien nix. Und ohne Mehl. Sehr schön. Und ohne Getreide. So, und mit euch könnten wir hier eigentlich mal... ...die dazu stürmen. ...wunderbar. So, und da müssten wir eigentlich mal... ...ja, da müssen wir halt wieder so ein paar Türme... ...aber dafür will ich mehr Soldaten sein. Also, an den könnten wir eigentlich von unten rankommen. Das müsste nicht das Problem sein. Genau. Kann ich sonst noch irgendjemanden angreifen? Zum Beispiel diesen Turm. Nein. Diesen Turm. Nein. Okay, du darfst mal nach Hause und dich reparieren. Du siehst ganz schön mitgenommen aus. Du... ...du bist noch okay. Du darfst auch nach Hause dich reparieren. Und du bist auch noch okay. Ach komm, geht beide. Geht einfach alle nach Hause. So, und euch kann ich eigentlich auch mal wieder entladen. So, da hin. Zack. Hoch. Hoch. Und hoch. Wunderbar. Dann können wir dich noch ein bisschen da liegen lassen. So, wir sammeln uns erstmal hier. Und ihr sammelt euch auch hier. Neue Soldaten sind verfügbar. Und ihr sammelt euch auch hier. Und dann würde ich hier mal sagen... Also erstmal... ...die ganzen Mauern, die müssen weg. So. Die Mauern da, die müssen weg. Und dann würde ich gerne einen neuen... ...Marktplatz hinsetzen. Und zwar dahin. Wunderbar. Die Frage ist, brauche ich den noch? Ja, den hier unten brauche ich auf jeden Fall nicht mehr. Der kann weg. So. Kosten darf er behalten. Das ist mir egal. Obwohl, wir könnten eigentlich... ...wir könnten eigentlich... ...erst mal die hier wegnehmen. Genau. Dann können wir nämlich den Turm auf dem Eck platt machen. Das ist ein bisschen doof, weil ich ihm dann Kosten abnehme. Aber so ist es jetzt halt. Und bam. Wunderbar. Wunderbar. So. Würde ich euch angreifen. Neue Soldaten sind verfügbar. Ach. So. So. Ihr könnt da hin. Tack, tack, tack. Genau. So. Geh mal da hin. Dann würde ich dich angreifen. Wunderbar. Wunderbar. Mit dir. Ja. Ist die Frage. Ähm. Wie weit... Die Dürre vernichtet eure Ernte. Es ist mir gerade egal mit der Dürre. Ganz ehrlich. So. Was bist denn du für einer? Oh. Du darfst auch nach Hause. Dich dürfen wir reparieren. So. Es geht ja eigentlich jetzt wirklich bloß noch da drum auszumerzen. So. Dann würde ich dich mal platt machen. Dann gehen wir da hin. Und jetzt angreif. Sag mal was an Angriff versteht ihr nicht. Rückzug. Rückzug. Ach. Jungs eh. Neue Soldaten sind verfügbar. Ach. Ach. Das war jetzt echt doof. Ach. Die Aktion gerade. Die war echt doof. So. Komm. Wir nehmen hier mal ein bisschen Holz. und ein bisschen Stein. Und fahren wir hier hoch und gucken, ob wir den Kontor übernehmen können. So. Und dann würde ich hier sagen, Marktplatz. Also erstmal weg hier. Und dann würde ich sagen, Marktplatz. Okay. Kann da hin. Konto bauen kann ich nicht. Okay. Alles klar. So. Der Marktplatz ist weg. Dieser. Das finde ich so witzig. Ein Schiff wurde repariert. Okay. Also erstmal ausladen. Schiffreparatur können wir uns später angucken. Und dann bauen wir hier einen Marktplatz hin. Und zwar. Da. So. Du kannst da hin. Du kannst da hin. So. Und dann können wir eigentlich zu dir sagen. 是 meine loswerden. Und dann ... Du kannst die loswerden. So. Du kannst weg ... Das ist was passiert. Du kannst weg ... Du kannst da hin. Und dann ... Du kannst weg. Du kannst weg. Zu dir sagen, reparieren. Und zu dir können wir sagen, geh weiter auf deine Route. Neue Einheiten sind bereit. Wir bilden noch mal einen aus. Der kann da rüber. So, wir machen hier gerade mal alles weg. Was irgendwie im Weg sein könnte. Weil ich gerade am überlegen bin, kommt, Jungs, ihr geht mal da hin. Könnt ihr mal den Wald hier angreifen? Apropos, ich will noch mal speichern. Könnt ihr mal den Wald angreifen? Ich sag dir, Wald angreifen. Nicht da hingehen. Also irgendwie, manchmal sind sie echt doof. So, da könnt ihr hinschießen, oder? Ne, könnt ihr nicht. So, Schiffsreparatur ist schon wieder beendet. Das heißt, der kann schon wieder weg. Und der kann da hin. Und der kann übrigens auch da hin. Kannst du schon mal reparieren. So. Tiritin. Tiritin. Ja wunderbar. Gehst du doch auch mal da oben hin. So, wir speichern nochmal Das ist ja immer dieses Ätzende Äh, dass wenn wieder mein System abschmiert Das dann Eine Tonne So Wie viel haben wir? Ich glaube 4 haben wir, ne? Wir könnten jetzt natürlich probieren Geht erstmal da hin Okay, da ist ein Grafikfehler hier vorne Ah, jetzt ist es wieder weg, okay Wir könnten ja mal probieren Ähm Diesen Turm hier anzugreifen Ein Schiff wurde repariert Super Dann können wir das Nächste reparieren Das hier kommt wieder weg Komm, Turm verschwinde Super Hat sich voll gelohnt, ey Aber wenigstens ist der Einzugsbereich größe geworden So, dann würde ich von da oben runter kommen, oder? Also eigentlich kann man den da auch schon vernichten Komm Geh mal da hin So, die Insel ist eigentlich ziemlich vernachlässigt Und Seine Bevölkerung sinkt Ja klar Er hat ja auch nichts mehr zum kaufen Es gibt ja auch nichts mehr Neue Einheiten sind bereit So, die einzige Frage, die sich mir jetzt noch stellt ist Wenn ich jetzt seine letzten Handwerksbetriebe zerstöre Gibt er dann auf? Die Insel, oder? Also er versucht ja immer seine Industrie zu verteidigen im Prinzip Okay, das klappt nicht Schiffsreparatur beendet Schiffsreparatur ist wieder beendet Das ist toll Dann kann ich den nehmen und dahin schippern Und dann hätten wir wieder reparierte Schiffe Das waren die Zweier, ne? So Wunderbar Also Ah, wunderbar Der, der Die Mühle ist auch schon weg Dann kann jetzt noch die Bäckerei verschwinden Und dann hat er wirklich gar keine Manufaktur mehr hier oben Das einzige, was er dann wirklich noch hat Ein Schiff wurde repariert Das einzige, was er jetzt wirklich nur noch hat, ist Das sind alles meine Zweier, ne? Ja, wunderbar Das ist die Zweierflotte Okay Dann können wir jetzt eigentlich mit den Zweiern Wieder hier runterfahren Dahin So Also letztendlich erzeugt diese Insel jetzt nur noch Kosten und wirft nichts mehr ab Und kann auch nichts mehr abwerfen Deswegen ist die Frage Ob wir den Status Quo nicht einfach so lassen, wie es gerade ist Weil ich meine, irgendwann wird er ja das begreifen und sich dann hier zurückziehen Neue Soldaten sind verfügbar So Was wir halt machen ist, wir bleiben hier auf der Insel Ich meine, er hat noch Wehranlagen Vielleicht denkt er deswegen, er kann die Insel noch halten oder verteidigen oder sowas Ich habe halt wenig Lust, immer so endlos viele Soldaten da zu opfern So Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020